Liebesfilme am Opener in Oplafee, das ist jeweils der Freitagabend. Idealer Abend für Liebesfilme zu sehen. Heute Abend ist Love Simon auf dem Programm. Love Simon ist die Handlung so, dass Simon, gespielt von Nick Robinson, ein normaler Highschool-Student ist in seinem letzten Jahr. Normal, bis auf seine Liebesgeschichte, wo er sich nicht geoutet hat, er ist faul homosexuell und kann das nicht sehen, bis er dann im Internet mit Studenten unter dem Pseudonym Blue kennenlernt und sich so Stück für Stück halten. Eine sehr schöne, berührende Liebesgeschichte, die super gemacht ist für einen Freitagabend.